Das Gendern. Viele finden es gut und glauben, es bringt mehr Gerechtigkeit. Aber noch viel mehr finden es einfach nur unnötig. Aber diese Unnötigkeit des Genderns ist nicht der einzige Punkt, warum hier eine eigentlich komplett überflüssige Debatte geführt wird. Denn mal ganz abgesehen davon, dass es unpraktisch ist und komisch klingt, bringt das Gendern auch noch sehr viele weitere Nachteile mit sich. Und diese Nachteile werde ich euch im folgenden Video zeigen. In der letzten Zeit schien das Gendersternchen wirklich gar nicht mehr aufzuhalten. An den Universitäten verbreitet sich ein moralisch aufgeladener Erwartungsdruck, das Gendersternchen zu benutzen. Und teilweise, wie beispielsweise in der Universität in Kassel, bekommen Studenten schlechtere Noten, weil sie nicht gendern. Und beim Fall Magelichs Krämer ist diese Debatte so emotionalisiert geworden, dass sie vor den Verfassungsgericht gezogen ist, weil sie als Kunde und nicht als Kundin angeschrieben wurde. Der neue Superspreader für das Gendern ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Beispielsweise gendern Anne Will und Klaus Kleber sehr gerne im Fernsehen, ebenso wie der Deutschlandfunk im Radio. Bis aber dann öffentliche Gegenstimmen auftraten. Von Sarah Wagenknecht über Wolfgang Thierse und Christoph Ploss bis zum RCDS und der Schülerunion. Und auch die Ablehnung in der gesamten Bevölkerung nimmt stetig zu. 65% der deutschen Bevölkerung lehnen gegenderte Sprache ab. Dies ist rund ein Sechste mehr als vor einem Jahr. Und hier erstmal ein Grund, warum. Natürlich UnternehmerInnen, WissenschaftlerInnen, sondern auch PolitikerInnen, IntensivmedizinerInnen, MedizinerInnen, ForscherInnen, InselbewohnerInnen, PendlerInnen. Also klar dabei wird, es klingt nicht so schön. Ästhetisch ebenso wenig wie geschrieben. Aber schauen wir uns doch erstmal die andere Seite an, warum die Genderbefürworter überhaupt gendern. Das Hauptargument der Genderbefürworter ist das Nichtdiskriminieren. Also anstatt das generische Maskulinum zu benutzen, wo man aus deren Sicht nur Männer anspricht, soll man nun durch das Gendern auch alle anderen Geschlechter mit integrieren. Also durch das Innen alle Frauen und durch das Sternchen alle weiteren Geschlechter. Aber mal ganz abgesehen davon, dass diese Form nicht das biologische Geschlecht, sondern das grammatikalische Geschlecht ist, kann das Gendern auch diskriminierend wirken. Dies möchte ich euch an einem folgenden Beispiel zeigen. Nehmen wir den Ingenieur. Wenn man an einem Ingenieur denkt, dann denkt man an einem Mann. Aber wenn ich mir überhaupt so viele Gedanken darüber machen würde, dann würde ich nicht nur an einem Mann denken, sondern an einem weißen, heterosexuellen und wahrscheinlich auch christlichen Mann. Dementsprechend müsste man ja theoretisch auch alle anderen Gesellschaftsgruppen mit in die Sprache integrieren. Da müsste man zum Beispiel bei einem muslimischen Ingenieur irgendwo vielleicht einen Mond oder bei einem jüdischen irgendeinen Stern mit einfügen. Und da wird einfach verdammt deutlich, wie Diskriminierung durch das Gendern auch ermöglicht wird. Denn dadurch könnten auch alle anderen Geschlechter sich durch dieses Sternchen auf ihr Geschlecht reduziert fühlen. Oder auch in die Schublade der einfach anderen Geschlechter gesteckt werden. Aber auch die Frauen werden durch das Gendern in gewisser Weise mit diskriminiert. Denn das stetige Benutzen der weiblichen Form zeigt, dass die Frau hilfsbedürftig ist. Und diese ständige Betonung, dass die Frauen schutz- und hilfsbedürftig seien, dies ist den Frauen gegenüber übergriffig und kann sich bis zu einer Diskriminierung hin entwickeln. Ein weiteres Problem ist, dass sich hinter das Gendern eine Ideologie verbirgt, während das generische Maskulinum sich in der Gesellschaft als Form etabliert hat, welches alle Geschlechter umfasst. Aber die Sprache kann ein sehr stark ideologisches Machtmittel sein, um politische Ideen in die Köpfe der Bevölkerung zu infiltrieren. Damit meine ich selbstverständlich nicht, dass sich hinter dem Gendern direkt autoritär-diktatorische Strukturen befinden. Aber das Beispiel mit der Universität in Kassel hat zumindest gezeigt, dass es sich ansatzweise in diese Richtung entwickeln könnte. Und dies ist zu unterbinden. Sehr zu begrüßen ist daher der Gesetzesvorschlag vom Hamburger CDU-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Christoph Ploss. Dieser fordert ein Genderverbot an allen staatlichen Institutionen. Nochmal wichtig zu betonen dabei ist, dass dies kein grundsätzliches Verbot ist. Im Privaten darf man gendern, wie man will. Dort gibt es keinerlei Einschränkungen. Aber in staatlichen Einrichtungen wie in Schulen, Universitäten und in Behörden muss die deutsche Grammatik und die amtliche deutsche Rechtschreibung gelten. So können Leitfäden fürs Gendern verhindert werden und auch für Neuzugezogene wird das Erlernen der Sprache dadurch vereinfacht. Also kann ich eigentlich nur dazu plädieren, diesen Gesetzesvorschlag durchzubringen. Abschließend möchte ich nochmal aufgreifen und zusammenfassen, dass die Sprache für die Kultur und das Zusammenleben eine enorme Bedeutung besitzt. Um sich daher für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen, finde ich es richtig, dass man sich dagegen wehrt, dass von Behörden, Ministerien, Schulen und Universitäten eine grammatisch falsche, künstliche und ideologisch motivierte Gendersprache verwendet wird, die ständig das Trennende betont. Und daher ist der Ansatz von Christoph Ploss, ich kann es unendlich mal sagen, richtig. So, das war es mit dem Video. Zeigt doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr so davon haltet. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.